Welche Alternative außer Terror gibt es für die Palästinenser bei dieser israelischen Übermacht? Frieden. Wie wäre es denn damit? Schauen Sie sich die Karten an, wie groß die Zwei-Staaten-Lösung hätte sein können. UN-Teilungsplan. Die Resolution 181. Das Problem ist, dass eine Seite keinen Frieden will, ständig neuen Krieg versucht und diesen Krieg verliert und dabei wieder mehr Territorium verliert. Israel hat den Teilungsplan anerkannt. Das ist natürlich keine Karte. Israel hat den Teilungsplan anerkannt. Das heißt, die palästinensischen Gebiete könnten heute, genau, das hier könnte heute palästinensisches Gebiet sein. All dieses Orangene. Inklusive das hier oben. Inklusive nicht nur der Gazastreifen, sondern bis hoch nach Ashtod. Inklusive hier runter auf die Halbinsel Sinai. Alles, was sie hätten tun müssen, ist 1947 sagen, wir können damit leben, dass in der alten Heimat der Juden die Juden einen eigenen Staat haben. Wollten sie nicht. Also haben sie Krieg begonnen, weil sie alles wollten und die Juden vernichten wollten. Den Krieg haben sie verloren und haben dabei gute Teile dieses Gebietes verloren. Daraufhin haben Jordanien das Westjordanland und Ägypten den Gazastreifen annektiert. Dann kam die Suez-Krise, wobei die zu wenig Ergebnisse geführt hat. Dann haben die Araber aufgerüstet, um dieses Mal nun Israel wirklich zu vernichten. Israel hat mit einem Präventivschlag reagiert, den Sechstagekrieg. Hat daraufhin das Westjordanland, den Gazastreifen und die Golanhöhen besetzt. Daraufhin haben sie im Yom Kippur-Krieg versucht, das zurückzuerobern. Den haben sie wieder verloren. Jedes, schauen sich die Entwicklung an. Jedes Mal haben die Araber keinen Frieden gewollt. Weil sie alles wollten. Weil sie es nicht ertragen konnten, dass die Juden einen Staat dazwischen haben. Und jedes Mal, das ist jetzt böse. Und es ist auch politisch. Und verzeihen Sie mir, dass ich bei diesen Themen, die sind halt hochpolitisch. Also entweder muss ich anfangen, all diese Fragen zu verweigern. Oder sie werden politisch. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Aber es gibt die Erklärung, dass die Israelis es mit dem dümmsten Feind überhaupt zu tun haben. Denn die wollen immer das, was sie vor dem letzten Krieg noch bekommen hätten. Die Palästinenser fordern grundsätzlich das, was ihnen gegeben worden wäre, wenn sie den letzten Krieg nicht verloren hätten. Immer das davor. Immer das davor. Denn jetzt erklären sie, es würde ja reichen, wenn wir den Gazastreifen und das Westjordanland hätten. Aber im Westjordanland sind ja jetzt lauter israelische Siedlungen. Das hätten sie alles haben können, wenn sie das Ergebnis des Unabhängigkeitskriegs anerkannt hätten. Sie hätten das alles hier haben können, wenn sie 1947 die UN-Resolution anerkannt hätten. Da haben die arabischen Staaten teilgenommen. Und wenn sie die Medien aufmerksam verfolgen, dann bekommen sie mit, dass wann immer in einem despotischen Land, in einer Diktatur eine Wahl stattfindet. Das heißt, die Opposition fordert zum Wahlboykott auf. Weil eine Teilnahme an einer Wahl ein Eingeständnis ist, eine Akzeptanz des Ergebnisses insinuiert. Und man erklärt damit, ich glaube, die Wahl ist gerechtfertigt. Deswegen haben viele Diktaturen auch eine Wahlpflicht, dass man es offen demonstrieren muss, ich gehe dennoch wählen, damit man nicht boykottieren kann. Die arabischen Staaten haben in der UN-Versammlung an der Abstimmung teilgenommen. Und haben damit der Abstimmung, die eine Teilung des Mandatsgebietes Palästinas beinhaltet hat, die Legitimität gegeben. Sie haben gesagt, ja, es ist gerecht, dass darüber abgestimmt wird, ob es geteilt wird oder nicht. Die richtige Maßnahme aus arabischer Sicht wäre gewesen zu sagen, wir weigern uns daran teilzunehmen. Da hat die UN nicht darüber zu entscheiden. Das wäre die richtige Entscheidung aus arabischer Sicht gewesen. Dann könnte man darüber diskutieren, dass der Krieg nach der Gründung Israels gerechtfertigt gewesen wäre, weil sie von Beginn an gesagt hätten, wir erkennen überhaupt nichts an. Aber sie nehmen an der Abstimmung teil. Nachdem sie die Abstimmung verlieren, sind sie die schlechten Verlierer und erklären, lernen wir über den Krieg. Und das können wir als Deutsche wunderbar auf die deutsche Geschichte übertragen. Das hier, was wir in Palästina sehen, ist, was mit Deutschland passiert worden wäre, wenn Deutschland einen Krieg nach dem anderen begonnen hätte, nach dem Verlust der Zweiten, der Zwei-Welt-Kriege. 12 bis 14 Millionen oder sowas Deutsche sind vertrieben worden aus den Ostgebieten, Sudetenland, aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien. Dann kommen ja noch die Vertriebenen aus Rumänien dazu, aus dem Balkan. Überall dort gab es ja deutsche Minderheiten. Es gab dann noch Volga-Deutsche und so weiter, wobei die, glaube ich, wurden nicht vertrieben. Die wurden irgendwo nach Kasachstan verschickt und so weiter. Das heißt, Millionen Deutsche sind vertrieben worden und geflüchtet. Hätte Deutschland die in Camps entlang der Grenze gesteckt? Denn wir dürfen nicht vergessen, in vielen Ländern, wo die Palästinenser hingeflüchtet sind, geflüchtet sind oder auch vertrieben wurden, ein Teil ist geflohen, also freiwillig weggerannt. Ein Teil wurde auch von den Israelis vertrieben. Das muss man offen sagen. Die sind auch nicht weiße Schafe. Die haben auch viele Fehler gemacht. Aber diejenigen, die geflüchtet sind, sind die einzige Minderheit, die einzigen Flüchtlinge, deren Flüchtlingsstatus vererbbar ist. Sie können im Jahre 2022 geboren sein und ihre Vorfahren sind 1948 geflohen und trotzdem sind sie ein Flüchtling, obwohl sie in dem Land geboren sind. Normalerweise haben sie nicht die Staatsbürgerschaft des Landes. Das heißt, sie sind eingepfercht in dem Flüchtlingslager. Das dürfen sie ohne weiteres nicht verlassen. Häufig geht es einher mit Arbeitsverboten. Das heißt, sie dürfen nicht als Arzt oder irgendwas in dem Land arbeiten. Die Leute werden klein gehalten. Die Leute werden unterdrückt von ihrer eigenen Elite und von den Regierungen der anschließenden, der anderen Nachbarstaaten, weil sie politisch nutzbar sind. Denn solange das besteht, solange kann man ablenken von eigenen Problemen, solange kann man Hass auf Israel schüren, solange kann man das Volk einen auf einen gemeinsamen Feind. Wenn, was die Araber hätten tun können, ist eingestehen, okay, es gibt Juden hier und die Juden sind sogar ein Buchvolk. Das heißt, wenn es neben uns lebt, sollten wir als Muslime eigentlich damit klarkommen können, wir akzeptieren es. Dann würde Palästina jetzt so aussehen wie das, was sie hier sehen. Dann dieser orange Streifen wäre heute Palästina unter einer eigenen Regierung und das wäre die Alternative gewesen zu Terrorismus. Andreas Herrmann, vielen Dank für die Unterstützung. Firefly, bei all den negativen Nachrichten in der Welt, den aufflammenden Konflikten und der instabilen Weltlage fällt es mir zunehmend schwerer, positiv in die Zukunft zu blicken. Daher wollte ich Sie fragen, wie es Ihnen bei all dem geht und wie Sie darauf schauen. Ich bin ein Stück weit stoisch und fatalistisch. Das heißt, fatalistisch heißt, ich denke, ich habe sowieso keinen Einfluss auf die Weltgeschichte. Denn ich meine, ich habe hier eine passable Zuschauerzahl, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier für irgendwas eintrete, wird es deswegen trotzdem nicht eintreten. Denn ich kann nicht die Massen bewegen und politische Veränderungen herbeiführen. Das heißt, egal was ich tue, habe ich keinen Einfluss draus. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe als junger Erwachsener im Studium und später ist, wenn ich an Dingen nichts ändern kann, ist es komplett sinnlos, sich darüber aufzuregen. Was man versuchen kann, ist daraus zu lernen. Das heißt, das kann mir jetzt ganz harmlos eine durchgefallene Prüfung an der Universität oder eine Fahrprüfung oder irgendwas. Es bringt überhaupt nichts, wenn man monatelang, jahrelang sich darüber kaputt macht. Das Einzige, was sinnvoll ist, ist daraus zu lernen, damit man es nicht wiederholt und es besser macht. Wer wirtschaftlich, wer ein Unternehmen startet und geht pleite, der sollte nicht den Kopf hängen lassen und sich für immer als Loser betrachten, sondern der sollte sich sagen, okay, ich bin gescheitert, warum bin ich gescheitert, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es beim nächsten Mal richtig machen. Und wenn man das mit dieser Ansicht in die Welt geht, dann, ich habe sowieso keinen Einfluss, ob Taiwan und China miteinander Krieg führen. Natürlich, wenn es dazu kommt, wird es ein Riesenproblem für uns alle. Aber was ich machen kann, ist zu versuchen, mein persönliches Glück zu suchen und mich persönlich ein Stück weit halt vielleicht auch auf die Zukunft vorzubereiten. Das heißt, Prepper haben natürlich einen sehr schlechten Ruf, aber man kann, wenn zum Beispiel die Sache zwischen Taiwan und China aufflammt, könnte man sich überlegen, ob man wenigstens ein bisschen Lebensmittelvorräte anlegt, von Lebensmitteln, die man gerne isst. Man sollte nicht Pumpernickel kaufen, wenn man sie widerlich findet, nur weil die lange halten. Aber sich ein bisschen darauf vorbereiten, aber an den großen Dingen, an denen man nichts ändern kann, was bringt es denn, sich darüber zu ärgern. Und ansonsten halt versuchen, in der Realität vielleicht Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie mit irgendwas unglücklich sind, dann versuchen Sie, das Unglück aus Ihrem Leben zu entfernen. Machen Sie die entsprechenden Schritte. Aber ich bin eigentlich nicht der Lebensberater. Also für mich persönlich ist es so, ich versuche mich mit den Gegebenheiten, auf denen ich treffe, zu arrangieren. Und wo ich versuche, aus Dingen zu lernen, um sie künftig besser zu machen. Und wenn ich kann, versuche ich halt die Situation, mein Umfeld zu weit zu verbessern. Das heißt, man kann umziehen, Freunde wechseln, Arbeit wechseln, etc. Solche Dinge kann man auch noch machen. Und es hilft natürlich auch im Zweifelsfall weniger Nachrichten zu lesen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Medien davon leben, alles zu dramatisieren. Das ist eine andere Geschichte. Das merke ich als YouTuber auf dem Kanal tatsächlich etwas weniger. Aber Sie kennen das alle, wenn die besonders Effektheischenden. Es gibt YouTube-Kanäle über den Ukraine-Krieg, die immer nur Maximalerklärungen machen. Irgendwie entweder die Ukraine verliert jeden Tag und ist jeden Tag kurz vor der Niederlage. Und jeden Tag verliert sie die letzten paar Soldaten, die sie noch hat. Oder aber jeden Tag gewinnt sie riesige Schlachten gegen die Russen. Da werden immer nur Maximalmeldungen gemacht, weil das eben wirkt. Es wirkt massiv, alles zu dramatisieren. Das heißt, Sie müssen auch verstehen, dass in der Welt nicht alles gar so dramatisch ist, wie es erscheint. Das könnte vielleicht auch noch helfen. Aber lange genug darüber gesprochen. Ich glaube, dafür ist die Mehrzahl der Leute nicht hier.